Das ganze Land ist in Feierlaune. Am vergangenen Wochenende hat Dänemark als erstes EU-Land ganz offiziell alle Anti-Corona-Maßnahmen ausgesetzt. Dank einer hohen Impfrate wird Corona von der dänischen Regierung nun nicht mehr als gesellschaftskritisch eingestuft. Die Pandemie wehnt man unter Kontrolle. Die hohe Impfrate wird ohne Zwangsmaßnahmen erreicht. Das war nicht nötig, sagt Troels Lillebeck vom Serum-Institut, dem in Dänemark das Corona-Management untersteht. Hat man eine gute Erklärung und gibt es Vertrauen in die Behörden, lassen sich die Menschen impfen. Glückliches Dänemark ist man in Österreich versucht zu denken. 15 Prozent mehr als derzeit in Österreich beträgt die dänische Impfrate. 74 Prozent davon ist Österreich mit seinen knapp 60 Prozent noch recht weit entfernt. Tatsächlich haben Dänemark, dass von der sozialdemokratischen Ministerpräsidentin Meti Fredriksen geregiert wird und seine etwas weniger als sechs Millionen Einwohner vieles richtig gemacht. Die Maßnahmen von Maskenpflicht bis Lockdown sind von Anfang an rigider und werden früher verhängt als in anderen Ländern. Außerdem setzt man von Beginn an auf den Impfstoff BioNTech-Pfizer. Das hat zwei Vorteile. Zum einen kann ein Lieferengpass verhindert werden, zum anderen trägt kein anderes Vakzin mit schlechten Image zur Verunsicherung der Bevölkerung bei. Die Euphorie, endlich wieder frei zu sein, ist deshalb groß in Dänemark, auch wenn einige Experten warnen. Schließlich steigen die Belegungszahlen in dänischen Spitälern wieder an. Ein weiteres europäisches Land hat praktisch alle Corona-Maßnahmen aufgehoben, freilich unter ganz anderen Voraussetzungen. In Großbritannien sind die Babs wieder voll, Masken sind im Straßenbild kaum mehr wahrzunehmen.